Das Wort Detox ist in aller Munde. Doch nicht jeder weiß, was es genau bedeutet. Bevor wir ein ausgezeichnetes Detox-Getränk vorstellen, möchten wir diese Bezeichnung kurz näher erklären. Damit wird der Organismus gereinigt. Schadstoffe, Stoffwechselendprodukte und überschüssige Flüssigkeit, die die Funktionsdüchtigkeit der Organe behindern, werden ausgeleitet. Anschließend erfährst du mehr über ein einfaches Getränk, das mit Knoblauch und Ingwer zubereitet wird. Dieses stärkt das Immunsystem und reinigt gleichzeitig den Körper, um die Funktionen der wichtigsten Organe zu unterstützen und zu verbessern. Dieser natürliche Aufguss kombiniert die ausgezeichneten Eigenschaften von Knoblauch und Ingwer und hilft, wie bereits erwähnt, bei der Ausleitung von Schadstoffen aus dem Körper. Zusätzlich liefert er weitere gesundheitsfördernde Wirkstoffe, die sehr vorteilhaft sind. Beide Zutaten wirken stark antioxidativ, diuretisch und reinigend. Sie helfen bei der Beseitigung von Rest- und Schadstoffen, die sich im Körper ansammeln. Insbesondere bei ungesunden Lebensgewohnheiten. Lesetipp Knoblauch Heilende Eigenschaften von der Knoblauchpflanze Wird die weiße Knolle verwendet. Ihre medizinalen Eigenschaften sind allgemein bekannt. Sie werden bereits seit Alters her verwendet. Um Herzgefäßkrankheiten, Verdauungs- und Atemprobleme zu behandeln. Knoblauch kann bei folgenden Leiden helfen. Kleiner als 7.120.678 Besser Unterstrich Sizes Unterstrich Desktop Unterstrich Generic Unterstrich Box Unterstrich Mittel Unterstrich Ab Binde Strich Größer als Google Tag CMD CMD Function Google Tag Define Slot 7.120.678 Besser Unterstrich Sizes Unterstrich Desktop Unterstrich Generic Unterstrich Box Unterstrich Mittel Unterstrich Ab 336 280 300 250 DIVGPTAD 1503391743112-0 Settergeting Red Folz Settergeting Section 5 Settergeting URL Detox-Getränk mit Knoblauch und Ingwer Settergeting Topic Default Settergeting Mafil-Type GetMRFP Setclips Empty Div True True AdService Google Tag Pubatz Google Tag Enabled Services Google Tag Display DIVGPTAD 1503391743112-0 Kleiner als 7.120.000 678 Besser Unterstrich Sizes Unterstrich Desktop Unterstrich Generic Unterstrich 1 mal 1 Binde Strich Größer als Google Tag CMD Push Function Google Tag Define Slot 7.120.000 6.70 Besser Unterstrich Sizes Unterstrich Desktop Top Unterstrich Generic Unterstrich 1 mal 1 1 1 DIVGPTAD 1513094690767-0 Settergeting Red Folts Settergeting Section 5 Settergeting URL Detox Getränk mit Knoblauch und Ingwer Settergeting Topic Default Settergeting Mafial Type Get M-R-F-P Set Calibs Empty Def True True Ad Service Google Tag Pubatz Google Tag Pubatz Calibs Empty Def Google Tag Enabled Services Google Tag Display DIVGPTAD 1513094690767-0 Er fördert die Durchblutung und wirkt wie ein Antikoagulanz. Er hilft bei der Regulierung des Cholesterinspiegels. Verbessert den Blutdruck und auch die Triglyceridwerte. Knoblauch wirkt entzündungshemmend. Die antiseptische Wirkung macht die weiße Knolle zu einem guten Mittel zur Desinfizierung der Haut bei Wunden, Verbrennungen oder Insektenstichen. Er hilft bei Infektionen, die das Atemsystem betreffen. Knoblauch kann bei Schwermetallvergiftungen helfen. Er hat eine antibiotische Wirkung, die gegen schädliche Darmbakterien sehr hilfreich ist. Knoblauch wirkt auch reinigend und leitet Schadstoffe aus dem Organismus aus. So kann verschiedenen Krankheiten vorgebeugt werden. Er enthält wertvolle Antioxidantien, die vor vorzeitiger Alterung und oxidativen Zellschäden schützen. Auch bei Grippe und Erkältungen ist die weiße Knolle sehr hilfreich. Sie wirkt diuretisch und fördert deshalb die Ausleitung von Flüssigkeitseinlagerungen im Gewebe. Vorzüge des Ingwers von der Knoblauchpflanze wird die weiße Knolle verwendet. Ihre medizinalen Eigenschaften sind allgemein bekannt. Sie werden bereits seit Alters her verwendet, um Herzgefäßkrankheiten, Verdauungs- und Atemprobleme zu behandeln. Knoblauch kann bei folgenden Leiden helfen. Die Ingwerwurzel enthält den Wirkstoff Gingarol, der ihm die wichtigsten medizinalen Eigenschaften verleiht. Zusätzlich zeichnet sich Ingwer durch essentielle Öle, Mineralstoffe, Aminosäuren, Vitamine und Antioxidantien aus, die diese Wurzel zu den besten Alliierten für die Gesundheit machen. Die wichtigsten Vorteile für die Gesundheit sind, auch diese Kombination ist empfehlenswert. Ingwer und Zitrone, perfekt zum Abnehmen. Die Zubereitung dieses einfachen Tees ist einfach und schnell. Du kannst deshalb davon regelmäßig profitieren. Damit die reinigende Wirkung am besten genutzt werden kann, empfiehlt es sich, täglich eine Tasse auf nüchternen Magen zu trinken. Mindestens zwei Wochen lang, Zutatenzubereitung wie auch bei anderen natürlichen Heilmitteln, ist die Wirkung hier auch nicht unmittelbar zu spüren. Meist können ab dem dritten Tag Verbesserungen bemerkt werden. Wir empfehlen dir deshalb, etwas Geduld zu haben und dieses Hausmittel wie empfohlen einzunehmen. Dieses Detox-Getränk hält deinen Körper gesund und hilft bei der Ausleitung von Schadstoffen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020